Ah, ich glaube, ich gehe jetzt heim. Ich hätte mich bald jetzt gar nicht schon wieder verloren. Was, die haben verloren? Ja, ich habe keinen Bock zum Saufen. Ja, das ist ja die. Hau dir weg. So, da, schauen Sie mal her, ihr Gasmaß. Ein Gerät. Aha, was habe ich da gelohnt? Ein Gasmaß, so eine kann jetzt auch saufen. Ja, so kenne ich meinen Hansen. Hey, Bedienung! Wir hätten gerne nochmal so ein Getränk. Da, nochmal so ein Getränk. Oh, da habe ich noch einen Soundsblank geschmeckt. Der geht sich auch schon richtig gut. Ja! Hey, du Nosenbauer, bring uns nochmal so ein Seidle. Hey, können wir mich auch nur noch mal von so einem Anreitigen sagen? Ja! Immer noch einen durch. Ja, das ist ja auch nicht so. Nein, den Buh-Buh-Buh. Oh, sag ich, das ist ja mein. Arschloch! Oh, legt, die haben wir schon ein ordentliches Gerät. So, ihr ganzer Tag gesorgten Dreck, haben wir jetzt, haltet ihr mal an die Sternheit zu eurer Wotten. Denn angesichts der Hage möchten wir euch alle gerne zurufen. R-O-SCH-HA-R-O-N Aus unserer Guide, die Wotten haben wir nicht. ein